Musik Mit Sonne verbinde ich Licht, Wärme, Energie, Kraft Und das sind alles Worte, die ich auch auf die Musik tatsächlich beziehen würde des neuen Schiller-Albums und deswegen heißt es Sonne Der Morgen erwacht in deinem Sonnenschein Sonne ist der Titelsong vom Album Sonne Das ist ein Lied, was ich zusammen mit dem Grafen mit Unheilig aufgenommen habe Das kombiniert tatsächlich zwei verschiedene musikalische Welten die aber doch, wenn sie dann zusammen erklingen, sehr eng zusammengehören und der Text, den der Graf dort geschrieben hat besser kann man die Sonne eigentlich gar nicht beschreiben Man wird ab und zu geführt, eben durch die Sänger und dann kommen wieder instrumentale Songs, bei denen man sich tatsächlich komplett fallen lassen kann und loslassen kann Ich freue mich auf jede Tour, aber auf diese Tour freue ich mich extrem weil natürlich das Thema Sonne dazu einlädt, es noch heller werden zu lassen Deswegen wird es, glaube ich, die größte Live-Reise werden, die wir je gemacht haben Bis zum nächsten Mal, wenn du sehen! Bis zum nächsten Mal, wenn du die yogashen аютсяher. Bis zum nächsten Mal, wenn Luise- maintenant Bis zum nächsten Mal, bei Ou�ssis Das ist der Wert remarsch aufrecht. Untertitelung des ZDF, 2020